Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Afterwords. Der Afterwords ist ein milder, frischer Cocktail, dessen schon fast brutale Süße durch die Hinzugabe von Zitronensaft aufgefangen wird. Das Zusammenspiel der Aromen ist sehr angenehm. Für ein Glas werden folgende Zutaten benötigt. 3cl Apricot Brandy 3cl Blue Curaçao 1cl frisch gepresster Zitronensaft Cocktailkirsche Scheibe Zitrone Eiswürfel Folgende Utensilien werden benötigt. Shaker Strähner Cocktailschale Zubereitung Eiswürfel in einen Shaker geben. Dazu kommt Apricot Brandy, Blue Cura A.O. und Zitronensaft. Alles amtlich durchschütteln. In eine Cocktailschale abseihen. Mit einer Scheibe Zitrone und einer Cocktailkirsche garnieren. Sofort servieren. Als Beilagen eignen sich Crackers, Erdnüsse, Kartoffelchips oder Salzstangen. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!